Der hier war unbezahlbar. Und schnell genug ist, weil ich denke 120 schafft man nicht. 100 haben wir das Maximum. Aber was bringt man dann dort in der OMTS Antenne vor, was als Repeater funktioniert? Und das Ding in 50 Metern Höhe? Wenn man dann inzwischen noch denkt, was das Militär da noch an Technik hat, weil die sind immer ein Stückchen weiter. Ich sag jetzt nicht, glaube ich besorgt mir echt so ein Ding, weil... Samm zu basteln. Die Klinik ist in der Nähe von der Klinik. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank.